Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Schach mit Kaffee. Ich will so ein bisschen mein Gehirn in Form bringen und deswegen starten wir mal mit ein paar Aufgaben und gucken mal, ob wir die Gedankengänge hier schnell nachvollziehen können und sehen können, was der beste Zug für Weiß ist. Und wenn wir ein paar Aufgaben erfolgreich gelöst haben, dann starten wir in ein echtes Spiel. Ganz herzlichen Dank an der Stelle für euer Engagement bei dem gestrigen Video. Ich habe eure Hinweise nachvollzogen und ja, hinterher ist man immer schlauer. Ihr könnt übrigens, wenn ihr mir Tipps geben wollt zu einzelnen Zügen, einfach die Zeit mit angeben. Dann könnt ihr also sagen, so 03.45, dann ist das 3 Minuten 5.40. Dann kann man sofort hinklicken und sieht die Position. Das ist vielleicht auch für die anderen Zuschauer ganz cool, die jetzt nicht durch das Video aufwendig durchskippen wollen. Bei mir ist es einfach. Ich habe ja die ganzen Partien noch in meiner Historie, aber die Leute, die mir nicht auf Lead Chess folgen und so, die können auf diese Weise dann sehr gut im Video die Position sich ansehen und sich darüber austauschen. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was wir hier machen. Der König hier steht gut geschützt und meiner eigentlich auch. Meiner gibt hier potenzielle Gefährder, aber das ist alles nicht super, super bedrohlich. Zumindest nicht jetzt sofort im nächsten Zug. Mein Läufer ist zwar bedroht, na gut, er könnte vom Pferd genommen werden. Möglicherweise ist das der Grund, warum das Pferd gerade hier hingesetzt ist, um dann in den nächsten Zug meinen Läufer zu nehmen. Der würde dann allerdings auch nur abgetauscht. Das ist auch keine Option, denn mein Turm ist mehr wert als das Pferd. Meine Dame hat hier nicht allzu viel zu tun und mein Läufer auch nicht. Mein Springer sitzt auch so ein kleines bisschen fest. Der könnte sich immerhin über das Feld entwickeln. Aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung dieser Taktikaufgabe, denn hier müssen wir schon ein bisschen aktiver werden. Was ist, wenn ich mit dem Turm hier hinziehe und drücke auf die Dame ausübe? Das Gute ist, ich habe ja direkt einen ganzen Blumenstrauß an Figuren, die ich bedrohe mit dem Turm. Bin aber dann gedeckt von meinem Läufer, sodass die Dame mich nicht schlagen kann. So, die Dame muss wegziehen und ich habe die freie Auswahl. Ja, ich würde dann halt den Läufer nehmen. Dann kann meinem Turm immer noch nichts angehabt werden und ich habe ein Teil gewonnen, eine Figur gewonnen. Wir machen das. Jawohl, besser Zug direkt beim ersten Versuch. Das ist nicht selbstverständlich hier auf diesem Channel, wie ihr vielleicht wisst. Nicht schlecht. So, nehmen wir den Läufer und Bäm, wir haben eine Figur gewonnen. Selbst wenn er jetzt hier schlägt, ja, oder so, das sieht sehr gut aus für mich. Ich kann sogar dann noch diesen Läufer noch zusätzlich nehmen und so weiter. Also, großer Materialvorteil an dieser Stelle für mich. Gut, noch eine Aufgabe. Wir haben jetzt mit acht Punkten gewertet. Wahrscheinlich dann nicht ganz so schwer, aber wir gucken mal weiter. Ja, gut, also, mein Gefühl ist, dass es fast immer um die Dame oder den König geht. Dass man da irgendwie schaut, dass eine der Figur dann eben weg muss und dann kann man sich irgendeine andere Figur schnappen an der Stelle. Also, das ist ganz oft so der Lösungsweg. Ich versuche ja immer noch so das Muster zu durchschauen und, ja, jetzt gerade hat es gut geklappt. Mal gucken, wie es weitergeht. Das Pferd gefällt mir ausnehmend gut da in dieser Position. Da springe ich ja auch selber immer hin, wenn ich meine Londoner-Eröffnung mache. Und, ja, der Läufer, der sitzt hier im Moment noch nicht so mega aktiv, aber hat Potenzial. Meine Dame hat auch viel Platz hier. Aber ob das eine gute Idee ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke, was auch interessant ist, ist das hier. Weil ein Abtausch der Türme kann in beide Richtungen passieren. Entweder ich gehe hier hin, dann würde weiß hier schlagen. Und wir kommen mit Plus, Minus, Null aus der Angelegenheit raus. Oder aber, wenn ich das nicht mache, dann kann natürlich Schwarz mich hier schlagen. Und ich kann mir auch suchen, ob ich mit Turm oder Dame zurückschlage. Und wir sind auch wieder bei Plus, Minus, Null. Also, ich könnte durch diesen Abtausch dafür sorgen, dass das Pferd hier verschwindet. Dann sehe ich aber nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Und dann sehe ich aber nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Ich bin jetzt mal ganz still. Den, ach so, ha, okay. Ich kann hier Schach setzen. Das ist auch immer wichtig zu sehen. Dauert bei mir immer ein paar Minuten, bis ich sowas erkenne. Aber da kommen wir, glaube ich, der Sache näher. Denn wohin kann der König nur ausweichen? Er kann nur dahin. Oder dahin. Ansonsten kann er mit seinen Bauern, das darf ich auch nie vergessen, dazwischen gehen. Oder auch mit seinem Pferd. Und das ist eigentlich sehr effizient, mit diesen Figuren dazwischen zu gehen. Weil diese Figur ist gedeckt. Diese Figur, sofern sie hier entzielt, ist gedeckt. Und ich kann mit der Dame zumindest nichts mehr ausrichten. Also, so leid es mir tut, aber das scheint nicht zu funktionieren. Oder? Habe ich recht? Ich kann zwar hier mit meinem Pferd noch da irgendwie schlagen. Aber das bringt nichts so richtig. Schade. Also, mich würde es wundern, wenn das jetzt der beste Zug ist. Das würde mich sehr wundern. Hm. Mal ganz abgesehen davon, dass der Turm einfach meine Dame schlagen würde. Daran habe ich auch jetzt erst gedacht. Also, ich habe das Gefühl, ich komme immer irgendwie auf alle Züge. Aber es dauert einfach zu lange. Oder es dauert einfach Ewigkeiten. Und ich denke, der Trainingseffekt, der mit dem Schachspiel einhergeht, ist, dass diese Gedankengänge einfach schneller funktionieren. Und klar, wenn du schneller denkst, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen weiter denken. Und gewöhnst dich auch daran, dir halt hier eine Position vorzustellen, die so gar nicht auf dem Brett ist. Ich habe ja einen riesen Respekt vor den Schachgroßmeistern, die mit verbundenen Augen spielen. Also, das sind noch nicht mal nur Großmeister. Viele Leute können das. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich vergesse doch alles Mögliche. Ich vergesse doch sogar, wenn ich drauf gucke, welche Figuren schon geschlagen wurden. Ich muss da regelmäßig abzählen, ob ich noch beide Läufer habe und so. Also, irre. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber die Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben hier auf dem Kanal, könnt ihr das? Habt ihr schon mal mit verbundenen Augen gespielt? Oder es gibt ja auch so bestimmte Modi, wo einem nur so die Felder gehighlighted werden, die gerade gezogen wurden. Und da muss man sich das eben selber in seiner Vorstellungskraft mit den Figuren sozusagen besetzen. Das ist eine Sache, da wäre ich völlig aufgeschmissen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind immer noch hier bei dieser Aufgabe, die so ein bisschen unübersichtlich ist. Jedenfalls muss ich mir noch mal überlegen, was mögliche Angriffsziele sind. Meines Erachtens ist der König kein Angriffsziel. Ich komme da einfach nicht dran. Welche Möglichkeiten habe ich mit dem Pferddruck auszuüben? Wenn ich hier hingehe, das bringt sehr wenig. Würde mir möglicherweise sofort geschlagen. Das hier bringt sehr wenig. Genauso wenig wie hier. Hier ist auch blöd. Nun, das ist alles zu passiv. Ehrlich gesagt, ich sehe keinen guten Zug fürs Pferd. Und der Läufer, wenn er hier hingeht, attackiert er das Pferd. Ah, okay. Jetzt sehe ich was. Das Pferd muss weg. Wo auch immer hin. Vielleicht da. Und der Läufer ist damit frei. Und der Läufer kann nicht zurückschlagen, weil ich dann ja freie Bahn für die Dame hätte. Das wird es sein. Nicht gelöst. Das macht doch keinen Spaß. Oh. Ja, ein Stück weit finde ich das ja auch. Nein, das meinte ich doch. Ja, hm. Vielleicht soll ich dann hier lieber mit dem Pferd. Nee. Also, nochmal für Dumme. Ich wollte hier hin und sagen, guten Tag, liebes Pferd. So. Bin davon ausgegangen, dass er sich vielleicht bemüßigt fühlt, das Pferd wegzuräumen. Was natürlich nicht garantiert ist. Aber, ob da oder da oder wie auch immer, das Pferd kann halt ausweichen. Hier wäre natürlich für mich ein bisschen ungünstig. Das sehe ich auch jetzt erst, weil dann kann ich den Turm nämlich doch nicht schlagen. Aber angenommen, das Pferd wäre da hingegangen, dann hätte ich im nächsten Zug hier den Turm genommen. Möglicherweise, sagen wir mal, das Pferd wäre hier hingegangen und hätte es dann meinen Läufer schlagen können. Aber dann hätte ich hier den Läufer geschlagen. Dann wäre allerdings auch mein Turm weg gewesen. Ja, dann wäre es ziemlich ausgeglichen im Resultat. Schade. Dame hier. Bringt gar nichts, ne? Dahin zu gehen, weiß ich nicht. Ach, schade, 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 schade. Oh Mann. Es sah auf den ersten Blick wirklich gut aus. Also, Abtausch der Türme. Dann kann ich Schach setzen. Ja, vielleicht ist es irgendwie wichtig, dieses Feld hier auch frei zu kriegen. Der König kann allerdings auch hier hinfliehen, aber dann ist er natürlich sehr exponiert. Sofern er dahin fliegt, kann ich dann hier Schach setzen. Hier wird geschlagen. Ich rücke aber dann mit der Dame nach und kann dann da halt noch weiter für Stress sorgen. Viel weiter kann ich. Ich probiere es jetzt mal, die Aufgabe ist eh nicht gelöst. Ja, war der beste Zug. Okay, also ich habe jetzt das Pferd wegbekommen und dieses Feld ist jetzt nur noch von den Bauern geschützt. Ich denke mal, darum geht es. Deswegen gehe ich jetzt mal mit der Dame hier hin. Jawohl. Er geht mit dem Bauern dazwischen. Und ich schätze, ich sollte den hier mit dem Pferd schlagen. Nicht, nee, naja, das sah auch komisch aus. Aber wie sonst? Soll ich jetzt den Bauern hochziehen? Das ist aber echt eine lange Linie. Das ist echt eine schwierige Aufgabe. Weil mit der Dame kann ich ja hier nicht rein. Ach so, ich soll jetzt einfach das Pferd nehmen. Geht noch weiter. Nee, das wollen wir nicht machen. Dame abtauschen. Oder wollen wir die Dame abtauschen? Ich weiß es nicht. Ja, was auch immer das bringt. Diese Damen abtausche, das müsst ihr mir auch mal erklären. Warum war das jetzt noch so wichtig für meine Lösung? Das ist, naja, man sieht das ja auch hier am Balken. Das macht jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied. Warum gehört das jetzt zwingend noch dazu? Okay, wir müssen leider noch eine machen. Okay. Weil ich die Aufgabe nicht gelöst habe. Komisch, dass es nur sieben Punkte waren. Ich fand die sehr schwierig. Mir gefiel die jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich hätte die vielleicht auch downvoten können. Nur ich habe da immer ein bisschen Sorge, dass ich einfach irgendwas ganz Offensichtliches übersehe und dann zu Unrecht die Aufgabe schlecht bewerte. Jo, also ist das eine Option? Also dann kann die Dame hier auf der Diagonalen nirgendwo mehr hin. Allerdings kann sie sich hier ohne Probleme zurückziehen. Das würde möglich sein. Aber es ist gut, der gute Nebeneffekt wäre, dass ich dann hier mit dem Läufer gut nochmal raus kann. Mit dem Pferd könnte ich auch auf die Dame gehen. Ja, das ist blöd. Ich habe nicht mehr so die Geduld. Ich mache jetzt mal das hier. War tatsächlich richtig. Sah irgendwie ganz gut aus. Nur mir ist jetzt nicht so hundertprozentig klar, wie es weitergehen soll. Okay. Offensichtlich kann ich jetzt hier einen Pin setzen. Ja, und verhindern, dass mir der Bauer hier geschlagen wird. Nur, was mir nicht ganz klar ist, die Dame hätte ja auch hier hingehen können. Da wäre dieser Pin nicht möglich gewesen. Also das ist jetzt nicht keine zwingende Linie gewesen. Ja, deswegen ist das auch nicht die Lösung. Ach, schade. Es fing so gut an und jetzt doch falsch. Warum ist das so clever? Das Pferd hat nicht so viele Möglichkeiten. Soll ich hier mal schlagen? Ja. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig gesehen, dass hier noch so eine Bedrohung herrscht. Hätte ich das gesehen, dann hätte ich den Zug auch früher auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe mich irgendwie hier nur so um dieses Zentrum geschert. Naja, immerhin eine Aufgabe habe ich gelöst. Es hätte besser sein können. Und jetzt wollen wir mal in ein echtes Spiel einsteigen. Ähm, gestern habe ich auf Zeit gewonnen, obwohl ich viel schlechter war. Ähm, der Gegner hier, so wir gehen mal so dagegen. Ja, der ist ähnlich gewertet wie ich. Dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da gut gegen ankommen. Ähm, jetzt fällt vielleicht schon auf, dass ich nicht so richtig Ahnung habe, was ich mache. Wir decken am besten erstmal, oder? Und dann verschwende nicht zu viel Zeit in der Eröffnung. Okay, also dieses Feld, das wird schon massiv attackiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so aggressiv ist und jetzt sofort, sofort da rangeht. Also jetzt, ja, okay. Ja, bietet Schach, soll er machen. Äh, sollen wir mit dem Pferd mal dagegen gehen? Bisschen weiterentwickeln. Er schlägt. Jetzt ist natürlich hier meine Bauernstruktur nicht mehr so schön, aber, naja. Man kann nicht alles haben. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier eine geniale Linie des Gegners ist oder nicht. Ja, wenn ich den ziehe, dann ist mein Bauer nicht mehr gedeckt hier, ne? Ja, jetzt ist der hier frei. Mal gucken, ob er es sieht. Das wäre ein Problem. Ach, Mann. Richtig doof. Das hätte nicht sein müssen. Das ist verloren. Ach, Mann. So was ist, das ist das Blöde am Schach. Man, man verkackt irgendwie die Eröffnung. Und schon hat man eigentlich keine Chance mehr. Das ist das Blöde am Schach. Das ist einfach hinüber, ne? Ich kann nichts machen. Ich kriege die Dame da nicht mehr weg. Ach, wie frustrierend ist das bitte. Kann ich hier mal... Ach ja, das Pferd ist geschützt. Ja, machen wir mal so. Also plus sechs. Wie soll ich das aufholen? Den Bauern kriege ich da nicht weg. Machen wir mal so. Immerhin könnte ich hier gleich mal ruchieren. Ja, klar. Gott, ich werde gerade so fertig gemacht. Hier kann ich natürlich auch nicht reingehen. Also das braucht ein Wunder, um das noch umzudrehen. Das werde ich mir aber gleich mal auf dem Analysebrett genauer anschauen. Ich werde weiter bedroht. Ich kann nirgends hin. Ich will ja meinen Läufer... Ich meine, der Läufer ist geschützt vom König eigentlich, ne? So, ich will noch nicht aufgeben. Auch wenn das alles wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich aussieht für mich. Und ich sehe auch nicht so das direkte Konterspiel. Jetzt ruchieren wir mal. Obwohl, will ich vielleicht die Linie hier nutzen für mich? Nee, ne? Kann ich das denn überhaupt? Jo, kann ich. Stimmt, weil... Wahnsinniger Zeitnachteil auch noch. Das muss ich mir unbedingt gleich auf dem Analysebrett anschauen. Die Dame ist ja eigentlich recht flexibel, ne? Mit der decke ich jetzt nicht super wichtige Figuren. Gehen wir mal da hin. Auch wenn die da auch noch nicht viel ausrichten kann. Aber angenommen, ich schaffe es, was natürlich nicht passieren wird, meinen Läufer hier hin zu bewegen, dann wäre das hier sicherlich schon eine Bedrohung. Die man ziemlich einfach hier mit dem Bauern unterbinden könnte. Also da darf ich, glaube ich, nicht zu vorschnell überlegen. Aber es ist halt besser, als keinen Plan zu haben, ne? Ah ja, genau. Jetzt geht das natürlich auch nicht mehr, weil der Turm jetzt die Linie deckt. Ich könnte hier hin. Kann ich vielleicht nicht mega viel machen, aber wir sind mal aktiv. Mal gucken, ob ich ihn ein bisschen zurückkriege. Ich muss gestehen, so ein bisschen mag ich auch diese Hau-drauf-Spiele. Zum Beispiel dieser hier ist schwach. Mit Potenzial auf den Turm und Schach bieten. Okay. Sollen wir mal hier gegen gehen? Sieht jetzt nicht allzu schlecht aus. Er schlägt hier. Warum das denn? Komm, bitte. Ach, die Dame. Ach, verdammt. Nicht gesehen. Jetzt auch noch die Dame weg. Oh Gott. Okay, das war nicht so gut. Gehen wir hier hin. Ich habe vor allem auch noch einen wahnsinnigen Zeitnachteil. Der war auch verloren. Was für ein miserables Spiel. Schachmatt. Boah, endlich ist das vorbei. So, wo war mein entscheidender Fehler? Der war ganz zu Anfang. Das war irgendwie der dritte Zug oder so. Und also häufig ist es auch so, guck mal hier, was Schwarz für einen Vorteil sogar hat. Ich habe mir nämlich auch schon gedacht, habe ich den sogar gezogen? Nee. Hier hätte ich mit dem Bauern mal gehen können. Hatte ich auch überlegt. Nur ich dachte, naja, ich entwickle halt hier meine Figuren weiter. Aber offensichtlich wäre das mit dem Bauern cleverer gewesen. Warum auch immer. Aber ja, vielleicht, weil das unangenehm ist, wenn er hier schlägt und so. So, wie dem auch sei, hier ist Schwarz leicht im Vorteil. Ich habe mich sogar für den Anfang ganz gut gefühlt. So, er hat die Dame so früh rausgeholt. Und er hat hier so irgendwelche merkwürdigen Aktionen mit dem Läufer gemacht. So, und hier hätte ich auch mit so einem einfachen Zug schon mal hier eine kleine Mauer errichten können. Habe ich aber nicht gemacht. Komischerweise ist jetzt immer noch alles gut. Ich hätte gedacht, das war vielleicht mein Fehler. Immer noch alles gut? Ach was. Ja, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Was habe ich denn gespielt? Das war mein Fehler. Aha, interessant. Ich hätte, ich habe mich richtig darüber geärgert, dass ich das zugelassen habe. Aber schaut mal, wie groß hier mein Vorteil ist. Wenn ich nämlich dann so dagegen gehe, ist das ja erst mal gedeckt. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Und ich dachte mir auch, er stimmt. Der Bauer ist auch gedeckt. Der ist auch gedeckt. Okay, das ist offensichtlich gar nicht mal so verheerend, wenn die Dame da einfällt. Da habe ich mich eigentlich schon im Hintertreffen gesehen. Dame muss hier hin. Und anstatt jetzt der Dame nachzugehen, den soll ich hier schlagen. Ja, sagen wir mal. Eigentlich gibt es keinen Grund, das Pferd wegzuziehen, weil das ja gedeckt ist. Okay. Gut, sind wir ein bisschen schlauer geworden. War diesmal leider kein Sieg. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr ein bisschen mitkommentiert. Und dann gucken wir mal, dass es aufwärts geht. Tschau. Macht's gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020